Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing-Video auf dem Kanal. Die Unboxing-Reihe wie immer gesponsert von Games Island. An der Stelle nochmal vielen Dank für die gesponserten Produkte. Und wir schauen uns heute als erstes das Domri Planeswalker Deck in den Gruhlfarben an. Wir schauen uns das Deck im Detail an. Ich habe ein paar Verbesserungsmöglichkeiten. Natürlich unboxen wir auch die Booster aus dem Planeswalker Deck. Gibt also wieder einiges zu tun. Wir legen sofort los. Viel Spaß mit diesem Video. So, hier seht ihr noch einmal den gesamten Inhalt von so einem Planeswalker Deck. Ich muss direkt vorweg sagen, die Planeswalker Deck sind wirklich ein Anfängerprodukt. Einfach, wenn man mal in das Spiel reinschnuppern möchte. Oder eben als Wiedereinsteiger nochmal eine Runde zocken möchte. Man kann die Decks natürlich sehr gut verbessern. Aber als Grundlage für Turnierspieler würde ich das auf jeden Fall nicht empfehlen. Da immer lieber gezielt nach Einzelkarten wirklich suchen. Die Karten, die ihr auch nur wirklich braucht. Hier die Produkte sind halt dafür gedacht, dass man sie sofort out of the box gegeneinander spielen kann. Gegen andere Starter oder Planeswalker Decks damit spielen kann. Gegebenenfalls die Decks ein bisschen abwandelt. Und dann lässt man die Decks halt eben gegeneinander antreten. Also, ganz klares Anfängerprodukt. Aber Preis-Leistung ist auf jeden Fall sehr gut. Das Domri Deck gefällt mir auch sehr gut. Werden wir uns ja gleich noch anschauen. Ihr kriegt auf jeden Fall noch zu dem 60-Karten-Deck, welches sofort spielfertig ist. Natürlich die passende Papp-Verpackung. Die ist wirklich nur für die einfache Aufbewahrung geeignet. Die Karten passen allerdings mit Hüllen in die Box rein. Also, ist auf jeden Fall in Ordnung. So zum ersten Verstauen. Man kriegt zwei Booster dazu der aktuellen Edition. Vielleicht hat man ja ein bisschen Glück. Vielleicht haben wir Glück. Die machen wir natürlich auch auf. Und ganz links im Bild seht ihr eben noch den Arena-Code. Damit kann man das Deck sofort bei Magic Arena komplett freischalten. Also die Karten, die man hier quasi in Paper kauft, kann man auch komplett dann bei Arena freischalten. Finde ich auf jeden Fall sehr cool immer, wenn die Arena-Codes bei den Paper-Produkten dabei sind. Damit man eben die Karten nicht doppelt freispielen muss. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Darunter eine kleine Bevor-du-los-legst-Broschüre. Daran erkennt man halt schon, das ist wirklich für Anfänger gedacht, die eventuell auch noch gar nicht die Regeln kennen. Dafür ist das Deck aber echt gar nicht mal so schlecht, wie gesagt. Schauen wir uns jetzt auch die Einzelkarten an. Insgesamt kann man auf jeden Fall sagen, solides Produkt für den Anfang oder für die Freizeitspieler geeignet. Und jetzt schauen wir wirklich, was das Deck kann. Weiter geht's. So, starten wir natürlich mit unserem Planeswalker. Domri, der Städteschleifer. Ist auf jeden Fall ein solider Planeswalker für so ein Planeswalker-Deck. Bei den Starter-Decks sind die Planeswalker immer in der Regel ein Ticken schlechter als ihre regulären Versionen aus eben dem normalen Set. Aber hier der Domri passt auf jeden Fall in die Strategie. Kommt mit 4 Loyalität ins Spiel. Die Plus-2-Fähigkeit. Massenpumpt gibt allen Kreaturen Eile. Passt also sehr gut zum Arc-Typen. Von Grul minus 3 ist quasi ein Lightning Bolt. 3 Schadene auf ein beliebiges Ziel schießen. Ist natürlich relativ teuer. 3 Loyalty für einen Planeswalker, der mit 4 Loyalität ins Spiel kommt. Aber wie gesagt, Planeswalker, Starter-Planeswalker. Ist immer noch ein akzeptabler Effekt. Eingebautes Removal. Kann man definitiv nicht meckern. Der Minus-8-Effekt auch sehr stark. Denn er tickt ja immer um Plus-2 nach oben jede Runde. Kommt man also relativ schnell auch auf 8 Loyalität. Minus-8. Lege auf jede Kreatur, die du kontrollierst. 3 Plus-1 Plus-1 Marken. Und Kreaturen, die wir kontrollieren, verursachen Trampelschaden bis zum Ende des Zuges. Also richtig gut. Als Ultimate quasi ein eingebauter Overrun. Die Marken bleiben sogar permanenter Overrun, könnte man sagen. Kann man also definitiv nicht meckern. Sehr, sehr, sehr schön. Und Domri hat natürlich wieder passend, wie jeder Planeswalker in den Starter-Decks, seine passenden Kreaturen mit dabei. Habt ihr schon gesehen. Nodorok und der Kriegskeiler. Auch beides sehr gute Karten. Nodorok gefällt mir links tatsächlich ziemlich gut. 5 Mana. 5-2 sind natürlich nicht die besten Werte. 2-Widerstand stirbt relativ schnell. Aber Trampelschaden gleicht das ein bisschen aus. Wir kriegen gut Schaden an den Gegner. Wir sind halt ein sehr aggressives, wobei sehr Kreaturenlastiges Deck, könnte man halt sagen. Wir greifen oft an mit vielen großen Kreaturen. Und dann natürlich der eingebaute Tutor-Effekt, damit wir Domri aus dem Deck oder aus dem Friedhof zurückholen können. Auf einer ziemlich soliden Kreatur. Auf jeden Fall gar nicht mal schlecht für ein Planeswalker-Deck. Und der Kriegskeiler im 3-Mana-Bereich auch definitiv spielbar. 3 Mana 3-1, aber mit Eile. Und solange wir eben Domri kontrollieren, kriegen die Keiler plus 1, plus 1 und Trampelschaden. Also 3 Mana 4-2 Eile. Gar nicht mal so schlecht. Kann man auf jeden Fall zocken. Auch 3 Mana 3-1 Eile ist nicht die schlechteste Kreatur. Da kann man auf jeden Fall mit Arbeiten schnell Schaden an den Gegner bringen. Also hier die Planeswalker-Karten sehen auf jeden Fall schon ziemlich gut aus. Und jedes Planeswalker-Deck hat auch noch 2 Rare-Karten zusätzlich. Die schauen wir uns auch nochmal an. Einmal das Glas-Mosaik. Und dann noch die Vorboten der Apokalypse. Auch beides gute, passende Karten der Vorbote. Eventuell ein bisschen Mana-intensiv. Aber so eine große Bestie, großes Wildschwein. Passt auf jeden Fall vom Flavor in das Deck rein. Ist auf jeden Fall ein sehr netter Finisher. Muss ich glaube ich nicht viel zu sagen. Ist die neue Version, könnte man sagen, vom Crater-Hoof-Behimes. Sehr große, starke Kreaturen mit Trampelschaden. Eile. Punkt alle Kreaturen. Plus 2, plus 2. Wachsamkeit und Trampelschaden. Also wenn man ein paar Kreaturen im Spiel hat, so viel Mana wirklich generieren kann. Guter Finisher nehmen wir auf jeden Fall mit. Und auch das Glas-Mosaik. Definitiv spielbar in dem Deck. Wenn man das Deck ein bisschen abändert. Mehr, mehr farbige Kreaturen spielt das Glas-Mosaik. Gar nicht mal so schlecht. Ich finde es ein bisschen besser aktuell mit den zweifarbigen Spirit-Tokens. Da kann man einfach viel mehr von generieren. Aber hier so ein bisschen das Glas-Mosaik. Kann man auf jeden Fall zocken. Vielleicht sogar noch ein zweites in das Deck reintun. Alle Kreaturen in der Regel kriegen halt plus 1, plus 1. Wir haben viele zweifarbige Kreaturen. Ist definitiv eine spielbare Karte. Genauso wie der Vorbote. Also wir haben hier auf jeden Fall schon mal einen sehr guten Grundstock, würde ich mal sagen. Für so ein Starter-Deck. Und jetzt schauen wir uns nach Mana-Kosten sortiert erstmal die Kreaturen an. Die sind ja wirklich super wichtig. Und hier haben wir als erstes im 2-Mana-Bereich die Sur-Tar-Goblins. Die gefallen mir auch wirklich gut. Haben wir drei Stück. Kann man auf jeden Fall noch den vierten spielen. 2 Mana 2-2 mit Riot. Also Aufruhr. Kommt entweder mit einer zusätzlichen plus 1, plus 1 Marke ins Spiel. Oder mit Eile. Man kann sich das nach Spielsituationen immer flexibel aussuchen. Sehr, sehr, sehr gut. Und auch hier direkt das erste Beispiel mit dem Glas-Mosaik. Gar nicht mal so schlecht die Goblins. Direkt 2 Mana 3-3 Eile. Oder 2 Mana 4-4. Kann man definitiv viermal in dem Deck spielen. Aber wir haben noch ein paar weitere Two-Drops. Hier der Schotterhaut-Goblin zweimal. Und zweimal das wilde Marke. Auch noch relativ akzeptable Karten der Goblin. Gar nicht mal so schlecht. 2 Mana 2-1 eben mit der aktivierten Fähigkeit. Wir können später überflüssiges Mana in ihn reinpumpen. Und ihm immer noch plus 2, plus 2 geben. Wäre halt eine solide Limited-Karte. Zum Beispiel beim Draft oder beim Pre-Release im Sealed. Aber auch hier in so einem Starter-Deck definitiv noch spielbar. Wobei das Marker finde ich halt nicht ganz so stark. Ist zumindest 2-2 im Vergleich zu dem Goblin davor. Aber im Vergleich zum Suotar-Goblin halt deutlich eine schlechtere Karte. Das Marker kann man also austauschen. Falls ihr noch eine bessere Karte habt. Aber ist auf jeden Fall eine akzeptable Basis. 7-2 Mana-Kreaturen. Und dann geht es weiter mit dem 3-Mana-Bereich. Der sieht ein bisschen schwächer aus, würde ich mal sagen. Wir haben die Schamanen zweimal. Und zweimal den Gestrüppläufer. Die Schamanen ist noch eine ganz passende Karte, wie ich finde. Mit Aufruhr. Gegnerische Kreaturen können nicht blocken. Passt auf jeden Fall in die Deckstrategie. Wir hatten am Anfang ja auch den 3-1er Haste Kyla. Bei den Planeswalker-Karten. Also das hier ist auf jeden Fall noch eine sinnige Karte in dem Deck, wie ich finde. Und der Gestrüppläufer. Ja, 3-Mana, 3-2. Die Lebenspunkte sind manchmal ganz nett. Aber in der Regel brauchen wir das hier nicht. Klar, gegen ein super schnelles Burn-Deck ist Life-Gain immer noch ganz gut. Aber die Kreaturen können wir uns halt mit unseren eigenen Kreaturen gut vom Leib halten. Der Life-Gain finde ich nicht ganz so wichtig. Also könnte man upgraden, wenn man ein paar bessere Karten hat. Und im 4-Mana-Bereich geht es direkt stark weiter. 3-mal das Anix. Das finde ich direkt ziemlich gut. Hatten wir auch im Set-Review drüber geredet. Ist für so ein Starter-Deck. Auf jeden Fall eine solide Kreatur mit Aufruhr, Trampelschaden. Später mit dem Pumpeffekt. Besonders, wenn man das direkt mit der anderen Bestie vergleicht. 4-Mana, 3-4 ohne Effekte. Da könnte ruhig das 4. Anix spielen. Also die Bestie, die 3-4er-Bestie. Ganz klar hier ein Lückenfüller. Im 5-Mana-Bereich haben wir als nächstes den Bolrag-Clanschläger und das Trümmerhorn. Beides solide 5-Mana-Kreaturen. Wir haben ja auch noch die großen Bestien, die den Domri raussuchen im 5-Mana-Bereich. Man muss halt immer ein bisschen auf seine Mana-Kurve aufpassen, dass man bei den teuren Karten eben nicht zu viele spielt. Noch ein paar 5-Drops sind auf jeden Fall in Ordnung. Schläger und Trümmerhorn, beides nette Karten für ein Starter-Deck. Klar, da gibt es auch bessere Alternativen. Aber ein paar Karten möchte ich euch ja noch am Ende vorstellen. Ist auf jeden Fall erstmal in Ordnung. Im 6-Mana-Bereich haben wir jetzt keine weiteren Karten. Aber im 7-Mana-Bereich noch eine Abriss-Bestie. Und die ist halt auch noch relativ in Ordnung, würde ich sagen. 7-Mana, 6-6, Aufruhr- und Trampelschaden. Passt auf jeden Fall in das Deck rein. Domri hat halt so ein großes Bestiendeck. Ist auf jeden Fall in Ordnung. Im 8-Mana-Bereich kommt ja dann tatsächlich noch die Rare. Unsere Forerunners ist auf jeden Fall mehr als genug im oberen Mana-Bereich. Wenn ihr das Deck ein bisschen abändern wollt, ich gebe ihr mal ein paar Tipps parallel. Tauscht lieber etwas die schwachen Karten im unteren Mana-Bereich. Sucht euch da bessere Alternativen oder ich zeige euch gleich noch welche. Und im oberen Mana-Bereich würde ich wirklich keine weiteren Karten mehr dazu spielen. So, als nächstes kommen unsere Nicht-Kreaturen-Zaubersprüche. Da sind relativ wenige drin, ist aber auch sehr sinnig. Gerade in so einem kreaturenlastigen Deck. Will man das auf jeden Fall so spielen, die Strategie. Einfach nur die guten Kreaturen spielen. Dann ein paar nette, unterstützende Zaubersprüche eben noch in das Deck reintun. Hier zweimal die steinernde Stärke. Ist ein ganz netter Combi-Trick. So ein, zwei Combi-Tricks schaden in der Regel nicht. Ist jetzt auch nicht der beste Combi-Trick. Aber kann man Gegner überraschen. Ist auf jeden Fall keine schlechte Karte. Kann man zocken dann als nächstes. Das hat mich direkt ein bisschen gewundert. Ein komplettes Play-Set-Wutbrand. Normalerweise sieht man nicht viermal die gleiche Karte in so einem Planeswalker-Deck. Das ist zwar genau das, was ich empfehlen würde. Wenn ihr euer Deck stärker machen wollt, spielt die guten Karten möglichst viermal. Achtet parallel auf die Mana-Kurve. Und dadurch wird halt so ein Deck deutlich stärker schon. Und der Wutbrand als kleines Kreaturen-Removal. Gar nicht mal so verkehrt. Klar, bei Magic auch im Standard-Format gibt es aktuell bessere Burn-Zaubersprüche. Aber für so ein Starter-Deck direkt ein Play-Set-Wutbrand gar nicht mal so schlecht. Nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Und dann zum Abschluss noch zweimal das Auflodern. Drei Mana. Alle unsere Kreaturen kriegen plus zwei, plus null bis zum Ende des Zuges. Ist auch noch akzeptabel, würde ich sagen, in dem Deck. Normalerweise würde ich solche Pumpeffekte eigentlich nur in so Tokendecks spielen. Oder in super aggressiven Decks mit viel mehr kleinen Kreaturen. Gerade mit so vielen großen Kreaturen. Wenn man halt nur zwei, drei Kreaturen im Spiel hat, dann ist so ein Massenpumpeffekt nicht unbedingt der beste. Ist aber noch in Ordnung. Aber das Auflodern wäre auch so eine Karte, die ihr eventuell austauschen könntet, falls ihr bessere Alternativen habt. Zum Mana-Base lässt sich abschließend gar nicht mal so viel sagen. Wir haben halt viermal den Krul-Gilden-Eingang. Der ist natürlich sehr passend, damit wir auch immer das richtige Mana haben. Aber es sind ein bisschen zu viele Länder insgesamt. Das wollte ich noch kurz ansprechen. Jedes Planeswalker-Deck hier hat 26 Länder. Ist auf jeden Fall zu viel, würde ich sagen. Das hängt natürlich ein bisschen damit zusammen, dass das Deck auch sieben und acht Mana-Kreaturen spielt. Aber ich würde es wirklich nicht übertreiben. In der Regel würde ich 24 Länder spielen oder zumindest noch ein paar Mana-produzierende Kreaturen dazu spielen. Aber ihr könnt definitiv, egal was ihr mit dem Deck macht, ein Land garantiert rausnehmen. 25 sind auf jeden Fall genug. 25 Länder spiele ich eigentlich nur in sehr Mana-intensiven Midrange-Decks oder eben in Control-Decks. Da sind 25 oder auch 26 Länder halt üblich. Aber hier in so einem Deck 25, aber auch 24 Länder sollten eigentlich reichen. Könnt ihr mal ein bisschen rumexperimentieren. Noch ein paar preiswerte Kreaturen in das Deck reintun. Sollte eigentlich funktionieren und das Deck auch noch ein kleines bisschen besser machen. Ja, das war auf jeden Fall das Domri-Deck out of the box. Alle Karten, die man eben bekommt, sieht auf jeden Fall schon gar nicht mal so schlecht aus. Aber wie versprochen, habe ich euch noch ein paar Verbesserungsmöglichkeiten mitgebracht. Habe ein paar Karten aus meiner Sammlung rausgesucht. Über ein paar Karten haben wir auch schon eben geredet. Direkt im Zwei-Mana-Bereich der Sur-Tar-Goblin hatten wir nur dreimal im Deck. Würde ich auf jeden Fall den vierten spielen. Und schwächere Karten kann man halt zum Beispiel durch die Gilden-Magierin des Clans ersetzen. Die sind immer ziemlich solide. Zum Beispiel das Marker als 2-2er-Kreatur kann man super austauschen. Hier kriegt man wenigstens noch zwei Bonus-Effekte dazu, die zu unserer Deckstrategie passen. Also einfach die Karten durch bessere Karten ersetzen. Aufpassen, dass man nicht zu viel an der Mana-Kurve ändert. Also ihr könnt jetzt nicht irgendwie alle zwei Mana-Kreaturen rausnehmen, dafür vier Mana-Kreaturen reintun. Schön darauf achten, bei den Starter-Decks die Mana-Kurve ist eigentlich in Ordnung. Dass ihr das ungefähr beibehaltet, ein bisschen rumexperimentieren kann man aber immer. Aber ich habe noch natürlich weitere Karten für euch, die mir ziemlich gut gefallen. Im Drei-Mana-Bereich wäre das die Zauberbrecherin. Spellbreaker, sehr gute Karte, ist aber auch sehr offensichtlich, wie ich finde. Einfach drei Mana, 3-3 mit Aufruhr, ist auf jeden Fall stärker als manch andere Drei-Mana-Kreaturen hier in dem Deck. Ihr seht schon die Strategie, Karten durch bessere Karten einfach ersetzen. Hier mit Trampelschaden gibt uns Fluchsicherheit im eigenen Zug. Sehr gute Karte, gerade im Standard-Format. Wenn ihr noch eine Zauberbrecherin habt, kann man auf jeden Fall hier in dem Deck zocken. Und dann eventuell noch etwas, was man nicht ganz so oft sieht. Aber eben für so einen Starter- oder Casual-Deck kann man das durchaus mal machen. Im Vier-Mana-Bereich, die Gruel-Bändigerin. In Kombination mit einem schönen Pumpspell, vielleicht Kollision und Koloss. Ist eine nette Synergie, wie ich finde. Die Bändigerin mit Aufruhr, 2-2 Eile, dann Koloss drauf. Dann kriegt sie plus 4, plus 2 Trampelschaden. Wenn sie angreift, kriegt noch eine andere Kreatur. Plus 6, plus 0. Ist eine nette Synergie, wenn ihr noch ein paar schwache Nicht-Kreaturen-Karten eben austauschen wollt. Koloss ist auf jeden Fall ein guter Combat-Trick. Und mit der Kollision kann man auch nochmal eine fliegende Kreatur abschießen. Also hier auch nochmal eine nette Möglichkeit, die man eventuell zocken könnte. Wenn ihr die Karten habt, würde ich mir jetzt nicht extra anschaffen für das Deck. Aber kann man auf jeden Fall auf dem Schirm haben und dann natürlich noch eine ganz offensichtliche Karte. Der Verwüsterwurm ist halt auch eine Mythic Rare. Den hat man nicht unbedingt immer zu Hause rumliegen. Passt aber sehr gut, gerade auch in den 6-Mana-Bereich am Ende der Kurve. Da haben wir nicht wirklich die super guten Kreaturen hier in so einem Starter-Deck. Der Wurm natürlich super stark mit den flexiblen Effekten. Kann noch eine Kreatur umkämpfen. Ein gebautes Removal quasi. Kann auch fiese Länder beim Gegner aus dem Weg räumen. Sehr, sehr, sehr gute Karte auf jeden Fall. Aber ich denke, das ist ziemlich offensichtlich, dass der Wurm eine der besseren Karten ist. Und nochmal zum Abschluss. Rhythm of the Wild. Eine meiner Lieblings-Uncommons aus dem Set. Super, super gut. Auch wenn unsere Kreaturen schon Riot, also Aufruhr, haben. Unsere Kreaturen kriegen das dann wirklich ein zweites Mal. Also ihr könnt dann wirklich doppelt Aufruhr auswählen. Sagt halt einmal eine Marke, einmal Eile. Und dann kommt eure Kreatur halt mit Plus 1, Plus 1 und Eile ins Spiel. Zusätzlich können unsere Kreaturen auch nicht mehr gecountert werden. Also insgesamt eine sehr gute Karte. Würde ich aber auch nur zweimal in das Deck reinmachen. Ansonsten wäre das auf jeden Fall zu viel. Wenn ihr noch Platz habt, einen Rhythmus irgendwo gezogen oder bekommen habt. Sehr, sehr, sehr gute Karte. Auch außerhalb von Ghoul Decks. Würde ich auch auf jeden Fall spielen. Und ja, das waren so meine kleinen Verbesserungstipps. Ihr kriegt das auf jeden Fall auch hin. Ist ja wirklich ein Starterprodukt. Ich will da auch immer nicht zu viel reinquatschen. Aber man kann mit dem Domri-Deck definitiv gut starten. Ein paar lustige Spiele haben. Und man hat auch noch zwei Booster dazu. Da kann man ja auch immer noch was Gutes drin haben. Und die zwei Booster wollen wir jetzt auch nochmal aufmachen. Mal schauen, ob wir noch was für das Deck finden. Weiter geht's. So, dann schauen wir mal, ob wir in den beiden Starterbooster noch eine Überraschung finden. Vielleicht direkt was für unser Ghoul Deck. Vielleicht einfach eine andere gute Einzelkarte. Bisher hatte ich bei den Unboxings schon auf jeden Fall Glück. Mal schauen, ob hier in dem Planeswalker Deck auch noch was versteckt ist. Schauen wir mal. Wir haben ja schon wirklich viele Booster hier zusammen auf dem Kanal aufgemacht. Haben viele Karten auch schon gefunden. Mal gucken. Mal gucken. Wie gesagt, vielleicht ist ja auch noch was für das Deck dabei. Mal schauen. Die Uncommons. So, die erste. Der Abfallstöberer. Na, den suchen wir nicht so wirklich. Den Schläger. Auch den könnte man ruhig nochmal reinnehmen. Auf jeden Fall. Eine spielbare Karte. Gar nicht mal so schlecht. Das geht da. Leider falsche Farbe. Und unsere Rare. Nochmal das Glasmosaik. Ach, warum nicht? Ich finde es in dem Cruel Deck, wie gesagt, ja, ist nicht die optimale Karte. Aber wir haben jetzt hier viele zweifarbige Karten im Deck. Besonders, falls ihr das Deck nochmal ein bisschen umbauen würdet. So ein zweites Glasmosaik als Massenpumpeffekt quasi für alle unsere Kreaturen. Gar nicht mal so schlecht. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Und das zweite Booster. Mal schauen, ob wir da noch was ähnlich Spielbares finden. Hier bei den Cummins. Da sind zwar immer ein paar nette Karten dabei. Hier die Schleuderin. Aber das sind halt eher so Limited-Karten zum Draften oder zum Sealed-Spielen. Bei den Uncommons wird sie erst wirklich richtig interessant. Die erste, der Igneos. Eher nicht so die Karte, die wir suchen. Nochmal der Geist. Diesmal die weiße Version, nicht die blaue. Ne Azorius-Karte. Die oberste Alarmstufe. Die passt auf jeden Fall nicht in unser Deck rein. Wir haben keine Defender. Und die Rare. Haben wir nochmal Glück. Erweckung der einstmaligen Schade. Die passt leider nicht in unser Cruel Deck rein. Aber das Glasmosaik war auf jeden Fall eine nette Karte. Insgesamt kann ich auf jeden Fall sagen, nettes Starter-Produkt. Kann man auf jeden Fall ein paar nette Spiele mit haben. Vielleicht hat man ja auch noch Glück in den Boostern. Aber insgesamt für wirklich wenig Geld gut spielbare Decks, wenn man mal ein bisschen Spaß haben will. Und ja, das war es hier für mein erstes Planeswalker-Deck-Unboxing. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Könnt mir gerne einen Daumen hoch da lassen. Wenn dem so ist, über ein Abo würde ich mich auch mega freuen. Ansonsten wünsche ich euch wie immer noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.